hallo tanzlern komitee herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ich bin's euer blecky und heute gibt es eine wichtige information für euch macht das nicht wenn du dir nicht sicher bist auf welchem charakter du wirklich spielen möchtest und zwar gibt es einige informationen aus der komitee die sehr erbost sind das kann ich auch nachvollziehen und zwar geht es darum wenn man jetzt ein charakter gespielt hat ja und man hat sich umentschieden hat aber beim ersten charakter schon gepaid das heißt man hat mit echt geld irgendetwas gekauft ein abosystem oder irgendwas anderes das ist nur für den einen charakter nur für den einen charakter machst du ein egal einen neuen account oder auf dem akkonten neuen charakter zählt das alles nicht mehr deswegen obacht ihr müsst wissen bei wem ihr tatsächlich auf long time spielen wollt und vor allen dingen mit dem ihr ins end gehen wollt ja das ist halt sehr sehr wichtig und ihr solltet euch auch ein bisschen zeit lassen beim geld ausgeben ja klar man hat ein bisschen fieber man möchte dies und das aber wenn ihr euch nicht sicher seid ja und ihr wollt erst einmal herausfinden mit welcher klasse ihr glücklich seid dann testet erstmal die klassen ja macht auf euren account die klassen und wenn ihr dann sicher seid mit dem möchte ich dann tatsächlich ins endgame dann erst pay zum beispiel die twitch drops ja wenn man sich die twitch drops geholt hat dann sind die auch nur für diesen einen charakter das ist nicht charakterübergreifend ja das ist auch so ein ärgernis in der community dass man das halt nicht für alle charaktere dann halt freigeschaltet hat was natürlich auch komplett irrsinn ist wenn du mit echt geld reingehst also es ist ein account dass die anderen charaktere zum beispiel die reittiere nicht benutzen können die ressourcen nicht benutzen können et cetera et cetera auch der gesamte fortschritt wenn du mit einem charakter im fortschritt hast also auf der weltkarte und willst einen charakter nachziehen du fängst komplett bei null an auch mit der karte ja dann ist die karte nicht erforscht nix ist erforscht ja das ist ich hoffe dass sie das irgendwann mal ändern und die committee dann etwas glücklicher ist so jetzt noch eine andere information eigenwerbung wenn ihr mit uns zusammenspielt ich habe eine eigene gilde wir sind auf eu1 seht ihr jetzt schon und das einzige was wir machen müsst auf eu1 ein charakter haben dann zu uns in die gilde reinkommen wir sind wir orientieren uns auf dungeons und rates und ja und support ist natürlich auch da ihr könnt sehr gerne auch zu mir in den live stream chat kommen ich bin jetzt sehr häufig auf twitch zu sehen mit dem game mit terrorist land und da kann man natürlich euch auch helfen oder ihr kommt zu uns in den discord ja die links sind alle hier unter dem video und noch einmal eine bitte von mir bitte passt auf was ihr mit eurem echt geld macht und wo ihr investiert und dann ihr feststellt dass es nicht der charakter dann ist das geld weg ja oder ihr müsst zwangsläufig ein charakter spielen den nicht mögt von daher immer ein bisschen aufpassen was man dort tut und dann seid ihr auch etwas glücklicher ich habe jetzt die letzten tage ich glaube 40 stunden gestreamt oder mehr mehr wie 40 stunden ich weiß es selber nicht mehr also auf jeden fall waren wir sehr lange am ersten tag waren wir 27 28 stunden da also es war glaube ich der längste stream und ich bin wirklich guter dinge also das spiel macht richtig spaß und kannst du jedem weitere empfehlen wer download schwierigkeiten hat ich habe gerade in dem video wo ich dieses video für euch gemacht habe wo der link ist für pc wie man auf dem pc spielen kann da gab es von irgendwelche probleme da habe ich jetzt alles beantwortet könnt ihr noch nachlesen und nachschauen wenn ihr probleme habt kommt auch noch mal zu mir in den stream chat da können wir auch noch mal euch vielleicht ein bisschen unter die arme greifen ansonsten bleibt mir nur noch eins übrig habt sehr viel spaß im game es macht spaß es ist halt ww like nur bessere grafik und von daher wünsche ich mir dass sehr viele mit diesem spiel spaß haben auch ohne echt geld ich bin ohne echt geld drin ja ich habe jetzt schon drei charaktere zwei sind 30 einer ist 29 und der nächste ist schon in der pipeline möchte halt alle klassen enjoyen und auch da muss man halt aufpassen du kannst halt dort nicht mit echt geld reingehen also ich weiß bis jetzt nicht mit welchem charakter ich ins end gehen will weil ich alle irgendwie auf ein seiner art und weise cool finde und ja deswegen testet er es aus wenn ihr sicher seid payt rein und payt nur das was ihr wirklich auch nur pain wollt ja nicht dass ihr dann euch ärgert ich habe zu viel reingeht zu viel geld investiert etc überlegt euch ein bisschen schlaf eine nacht drüber und dann könnt ihr immer noch ohne fieber mit klaren verstand mit echt geld ins game gehen so das war es von meiner seite aus wenn noch irgendwas sein sollte ab in die kommentare oder kommt zu mir in den stream ich bin immer auf twitch da und ja wenn ihr noch irgendwelche anregungen oder noch irgendwelche videos von mir sehen wollt macht das schreibt auch unter die kommentare es werden von mir bild videos kommen da bin ich aber noch nicht so weit ja also ich möchte ja halt gute bilds dann für euch haben und dementsprechend ich teste da selber noch ein bisschen aus ja ich gucke da jetzt nicht links rechts was der youtuber macht der youtube ist interessiert mich alles nicht es wird alles auf mein konzept basieren und von daher gehe ich jetzt raus aber ciao wir sehen uns